Hallo, hier ist der Martin von Manne Monkeys, das ist die DAX-Amblise für nun Mittwoch, den 27. Oktober 2021 und wir nähern uns weiter rasend schnell dem Oktoberende und unser DAX, der hat hier ordentlich was vor, der hat die Septembereröffnung fest im Blick und die ist nicht mehr weit hin und deswegen gucken wir mal drauf, der ist auf jeden Fall schon leicht übermütlich langsam hier, der kleine Mann oder die kleine Frau, je nachdem was es war, wir hatten gestern darüber gesagt, dass der Montag recht träge war, wir hatten gesagt, dass das schon leicht nach einer Verkeilung wirkt, aber auch okay ist für einen Montag, weil er durchaus zum Dienstag dann eben das rausschrubben kann und dass wir das dann aber auch eben sehen wollten, dass er dann schön von Beginn an da eben auch durchdrückt, sich gar nicht grob unter die 600 zurückfallen lässt und dann eben da oben die 670, 725, 750 und aber auch 780 und mehr erreichen könnte. So, ich denke da braucht man nicht viel drüber erzählen, das ist relativ offensichtlich, was er hier getan hat. Er ist nicht unter 600 zurückgefallen, hat von Beginn an über 635 gearbeitet und damit die Ziele oben erreicht. Die 725, 745er Zone, die ich hier erwähnt hatte, die hat er komplett durchlaufen, da ist nicht mal eine rote Kerze zustande gekommen, hat er dann von oben nochmal stabilisiert, also zum Anlauf genommen. Sieht auch so ein bisschen aus, wie er soll dann noch was kommen, jetzt ist das noch nicht ganz fertig so vom Rücklauf, wenn wir da so ein bisschen reingucken. Deswegen würde ich vielleicht zum Mittwoch einen etwas tieferen Start einplanen, durchaus denkbar, dass es unter die 700 nochmal kurz drunter geht und das ist dann wirklich eine Timing-Frage, weil ich sag mal, Montag und Dienstag, wir haben ja schon gesagt, Dienstag, Turnaround und so, das ist eher untypisch, wenn der Montag vorher nach oben gedrückt hatte. Das wäre jetzt auch für einen Mittwoch ungewöhnlich, wenn der auskontakt eher üblich für den DAX und bitte, denkt daran, was wir machen, was wir sagen, ist Chart-Analyse. Chart-Analyse heißt, wir versuchen aus der Vergangenheit zu schauen, okay, wie reagiert der Markt sehr oft oder häufig auf bestimmte Situation und prognostizieren daraus für die Zukunft, also für morgen in dem speziellen Fall, jetzt ein gewisses Erwartungsbild. Das heißt aber nicht, dass das so kommen muss. Das ist immer ganz wichtig. Das heißt, solange wir sehen, der Markt bewegt sich jetzt in unserer Erwartung, nämlich in dem, was er oft macht auf so eine Situation, dann bleiben wir drin, dann handeln wir das durch und zwar bis zur letzten Rille meinetwegen auch, das ist vollkommen legitim. Aber wenn wir sehen, okay, der macht es anders, dann muss man auch irgendwo gucken, wo grenzt man das ab, wo zieht man vielleicht auch eine Reißleine, wo orientiert man sich um. Und deswegen schauen wir da einfach jetzt drauf. Ich erzähle euch kurz das, was üblich wäre, aber auch, wo er eben abhauen kann. Und üblich wäre, wenn er zum Mittwoch jetzt schwach Schwächer rein startet und durchaus die 700 nochmal unterwühlt. Das kann sein, dass das eine 690, 700 schon reicht. Es kann aber durchaus auch eine 610 werden oder eine 640, also hier 640 und 610. Das heißt, man sollte früh aufpassen, dass man noch nicht zu früh sich schon gegen einen, also wenn man Longhand den Bölfe, den Mittwoch, dass man sich nicht zu früh reinstellt, sondern wirklich guckt, wie fällt er denn überhaupt an, wie bewegt er sich, hat er denn viel Druck oder hat er gar keinen, ist er super stabil, ist er stark und dementsprechend dann die einzelnen Stationen abzupassen. Aber ich gebe ihm für den Mittwoch, das ist ähnlich wie Freitag, er verhält sich Freitag, dahingehend relativ ähnlich zu einem Mittwoch, immer so ein Zeitfenster. Hier auch bis 9.30 Uhr, das kennt ihr auch von anderen Tagen von mir, aber 9.30 Uhr sollte er das tief gefunden haben. Und dann muss man echt aufpassen, weil wenn er dann volle Möhre rauszieht, nach oben, dann läuft er bis zum Tagesende nochmal oben durch. Und das kann durchaus dann auch schon bis über den Trigger sehen, denn ihr seht das, hier oben wartet schon seit ein paar Wochen, ein paar Monate können wir nicht sagen, nein, seit ein paar Wochen die nächste Trigger-Marke, die dann eben Raum freigibt bis in die 900 rein. Etwas aufpassen sollte man im Bereich um 15.830, 15.840. Wäre zu kleinteilig, um das jetzt hier im Chart zu kennzeichnen. Gehört auch hier in den Chart nicht rein. Ich möchte bloß, dass ihr es ein bisschen gehört habt, das ist ähnlich wie die 7.25, 7.40 hier. So in dem Bereich, da sollte man einfach noch gucken, reagiert er? Reagiert er sehr hart? Oder läuft er einfach durch? Wenn er einfach durchläuft, dann ist das egal. Darf man bis 900 und bis 9.40 zielen, reagiert er aber sehr hart im Bereich um 830, 840. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil von dort sich durchaus auch größere Brocken dann lösen können, die dann auch deutlich in untere Bereiche reingehen, also auch in sowas nochmal reinstechen können. Also hier so Zonen um 270 bis ich sag mal 450. Also wenn er von hier richtig hart weggeschlagen wird und ich sag mal, der macht so eine Stundenkerze, die dann auch mal einfach mal so 100 Punkte einnimmt, dann wäre das ein schöner, schöner initialer Schlag, sag ich mal, um dann hier die 1, 2, 3, 4, 5 Wellen zu beenden und dann erst mal wieder eine Korrekturbewegung einzuleiten über die nächsten Tage. Und das würde sich von so einer Stelle gut eignen, deswegen achtet da einfach ein bisschen drauf, guckt da ein bisschen genauer hin. Wie gesagt, der typischste Ablauf wäre jetzt von hier der schwache Start, 796. 990, ist er schlechter drauf, dann jedenfalls auch hier in den Bereich um 640, 610 rein. Das ist sogar legitim, um von dort aus dann wieder hoch zu gehen am Mittwoch. Also wenn er das früh genug hinkriegt, aber es muss früh kommen und er muss vor allen Dingen auch eine Drehung hinkriegen. Wer jetzt sagt, okay, ich bin da nicht so erfahren, ich erkenne das nicht, ob eine Drehung ist, dann wartet halt einfach noch bis 10, 11, 12 Uhr und schaut, hat er denn jetzt die Schwäche vom Vormittag ausgekonten? Hat er das? Dann ist das eine gute Situation, um dann Long zu suchen, um eben auch hier oben raus zu handeln, dass man einfach sagt, okay, dann will ich das auch sehen, dann will ich eine grüne Stundenkerze sehen oder irgendwie kann man sich ja einfach ein bisschen Merkmale raussuchen, wo ich sage, damit bestätigt er mir, dass er das hier unten umdrehen will und dann versucht man eben oben rauszukommen. Und wie gesagt, wenn er früh genug die Drehung reinkriegt, also wenn er A, schön schwach rein startet, B, dann eine schöne Drehung reinkriegt, dann hat er auch das Zeug locker bis oben in den Bereich von 8, 30, 8, 40 reinzulaufen, ballert er da gerade durch, ohne rote Kerze, ab zu 900, das ist dann so. Okay, das soweit die untere Erwartungshaltung. Sollten wir per stärkerem Start reinkommen, wäre nicht ganz so üblich für den Mittwoch, würde ich dann gucken, wie er die 8, 30, 8, 40 anläuft, also dann wäre ein neues hoch natürlich sehr wahrscheinlich, wenn er stärker reinkommt, ist ein neues hoch sehr wahrscheinlich im Bereich um 8, 30 bis 8, 40. Die 800 wird dann sicher auch kurz zucken, aber ich würde ihn eher bei 8, 30, 8, 40 sehen. Und wenn er dort mir aber 8, 9 Uhr, 9, 30, eine fette Drehung reinsteht, dann kommt das dem auch schon wieder gleich. Also die Zone auf jeden Fall im Auge behalten, egal ob wir zuerst von unten oder von oben kommen, die bleibt jetzt wichtig. 8, 30, 8, 40, das sollte man wirklich ein bisschen aufpassen. Das ist einfach so ein mögliches Bewegungsende von diesem ersten Impuls, der hier gestellt wurde. Und dann könnt ihr eben eine größere Korrektur einfach lösen und dann wäre das ein bisschen schade, wenn dort eine fette rote Kerze kommt und man ignoriert die dann, dann wird man sich bestimmt ärgern, wenn man noch Longs drin hat und die dann drinnen lässt. Das glaube ich schon, weil das dann echt wirklich ein paar Tage auch wegdrehen kann. So einfach von der Marke her halt. Das sollte man ein bisschen im Kopf haben. Überwindet der dann später und man hat reduziert, kann man ja immer noch wieder die Position reinnehmen und sagen, okay, die Reaktion ist jetzt durch. Das war jetzt doch weniger, als erwartet wurde. Ab und zu kommt das ja so. Dann reagiert er vielleicht von 8, 30 bloß auf 700, 6, 70 oder keine Ahnung, vielleicht sogar noch weniger. Und dann dreht sich der Markt hier wieder hoch und dann kann man auch sagen, okay, jetzt hatte ich hier eine Position sicherheitshalber rausgenommen. Dann nehme ich sie mir jetzt eben wieder rein und dann nehme ich noch den nächsten Meter bis 49, 16.120, 16.230 und so weiter mit. Okay, also oben ist klar, unten sind die Bereiche eigentlich auch klar. Wir haben die 610, die ist ganz markant. Wir haben einen Bereich oben, 640, der hier ein bisschen raussticht. Ungewinnig eigentlich. Die 670 hat nicht ganz so viel Bedeutung. Also die müssen wir ein bisschen zurückstellen. Das ist eine wichtige Marke, ohne Frage. Die letzten Monate, letzten Wochen definitiv immer wieder Big Player gewesen. Ich glaube aber, dass sie eher dann hier auf 2-Stunden-Ebene relevant wird, der vielleicht den Schlusskurs da hochzieht. Und das bringt euch dann Intraday nicht wirklich einen Vorteil, das zu beachten. Das ist eher das Wichtige für die morgige Analyse. Ja, und von daher sollten wir den Schwächer reinkriegen. Gucken wir, wie weit kommt er denn jetzt mit dem Start? Wird es denn bloß eine 700? Wird es bloß eine 690? Oder wird es mehr? Und dann guckt mal, wann dreht er wieder hoch? Wie schnell kriegt er die Drehung hin? Und daran kann man sehr, sehr, sehr gut erkennen, wie weit kommt er denn noch? Hat er bis 12 Uhr immer noch keine Drehung nach oben reingekriegt, dann kann er auch durchziehen. Und durchziehen heißt dann eher 560. Ja, das muss auch klar sein. Also wenn gar keine grünen Stundenkerzen oder was durchgehen, dann kann er bis hier unten zurücklaufen, das reinziehen. Das wäre sogar noch nicht mal brachial negativ, aber er wäre dann definitiv schon in einer möglichen Korrektur drin, die dann auch hier ein paar Meter gehen kann. Da muss man hier aufpassen, weil das ist auffällig. Wir haben jetzt hier die erste Welle, dann ist hier eine Korrektur, dann eine weitere, dann hier eine Korrektur. Jetzt hier, die fügt sich schön ins zeitliche, ins punkttechnische Ausprägungsmaß der vorherigen Bewegung. Das sieht sehr harmonisch aus. Das sieht sogar eigentlich schon fast fertig aus, wie es jetzt hier steht. Und da würde ich schon ein bisschen genauer hingucken, dann einfach, wenn er anfängt wegzutreiben. Okay, damit hält man das soweit durch. Ich hoffe, es war jetzt trotzdem nicht zu viel von der Art und Weise. Für mich im Kopf ist es immer ziemlich klar. Ich habe so zwei, drei Bilder und versuche euch die so gut wie möglich zu erklären. Ich merke manchmal, wenn das besser, manchmal klingt mir das nicht. Aber wenn ich es jetzt noch mal per Pfeile zeige, was das typischste wäre, runter, egal ob hier, hier unten oder was. Dann hoch, früh gleich, schon 10 Uhr, 11 Uhr, dann schon wieder schön nach oben rein, dann mit den Amerikanern nochmal rüber. Und dann hier schon mal eine Gegenreaktion im Bereich um 800, 820, 830, wieder leicht zurück, Freitag der nächste oben drauf. Das wäre üblich, auch möglich. Denkbar ist direkt weiter oben raus, rein in die 830, 840 und Abbruch, Sturz, Gap, Klos und Tiefer. Das würde dem Donnerstag eher einen Raum unten aufmachen, und zwar Richtung 400 sogar. Und Punkt. Das sind eigentlich, ja, und die andere ist natürlich Aufwärtsgap über 87, gerade durch bis 940. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Das sind so Bilder, die jetzt hier einfach gut reinpassen würden, typische Bewegungsweisen vom DAX. Und in der Regel kann man schon 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr das ein bisschen besser einstufen, was davon jetzt relevant wird. Und dann achtet einfach drauf. Schreibt euch die Marken ein bisschen auf, na, vergesst die Zone mir hier oben nicht, die 830, 840. Ich weiß, die am Vortag hat hier nicht reagiert, aber das tut einem nichts abbrechen, ne? Wenn man da einfach ein bisschen genauer hinguckt, die hat jetzt nicht viel reagiert, okay, dann nutze ich sie auch für mich nicht, ne? Wenn der Markt die Zone nicht annimmt, dann lasse ich es weg, aber ich sollte sie zumindest auf dem Radar haben. Gut. Damit gucken wir noch kurz in den Tagesschut rein. Er hat den Trigger jetzt angeschlagen. Ihr seht es hier, kratzt daran rum. Das heißt, den nächsten Tagesschut drüber würde uns den Trigger auch aktivieren. Unten ist ihm das ja nicht gelungen. Hier hat er ja nur durchgestarkt. Hier hat er es auch erst mal nur durchgestarkt. Muss es nicht heißen, dass er jetzt von hier brachial in die Knie geht. Aber ich sag mal, auch hier sieht man eine schöne 1, 2, 3, 4, 5, ne? Wenn da jetzt eine A, B, C kommt, dann steht er auch wieder an der 200-Tage-Linie. Aber dann kann er auch trotzdem dann im November seinen Beruf hier nach oben abziehen. Vom Timing her ein bisschen komisch, wie er sich legt, aber weiß ich nicht. Tag der Aktie steht jetzt hier an. Ich glaube, Ende der Woche. Vielleicht wollen sie den hier nahe Allzeithoch haben, bevor sie ihn abschießen. Keine Ahnung. Aber Fakt ist, dass es erst mal bullig zu werden. Der Abwärtstrend ist gebrochen. Wir sind raus. Auch wenn jetzt der Longtrigger nicht aktiviert ist, der ist erst mal raus. Das ist schon eine positive... Also er trete durchaus in eine positive Chartlage rein. Ganz übergeordnet gefällt mir das nicht, weil mir fehlt hier unten einfach ein bisschen was. Also mir reicht das als Rücklauf nicht. Ich glaube nicht, dass er von hier das Zeug hat, jetzt auf 18.000 und so weiter zu steigen. Ich glaube, da müsste er mehr bereinigen vorher. Also mehr rausstechen unten. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es dann schwieriger wird für ihn, neue Allzeithochs wirklich mit Trenddynamik wieder aufzunehmen. Und dann wird mir wieder in das reingehen, was wir eigentlich seit Monaten haben, hier dieses Rumgeschache. Also wenn er jetzt hier oben rausgeht, glaube ich, werden sie ihn nicht großartig wegziehen können. Das kann ich mir denke ich schon. Dafür war das hier unten nicht tief genug. Da wurde der Markt nicht genug bereinigt. Sind so viele da auch noch überhebelt, dann einfach auf der Langseite unterwegs. Aber wir gucken jetzt erst mal, was wird hier draus. Mir ist jetzt der Monatsschluss noch wichtig. Bis dahin würde ich eigentlich übergeordnet jetzt erst mal nichts anpassen. Gucken wir jetzt erst mal an, wie kommt er am Freitag auf der Ebene. Wichtig ist er, bloß er ist ja außerhalb des Trends. Das heißt, oben raus ist auch Übertreibungspotenzial da. Das heißt, kleines Aufwärtsgap über, ich sage mal, was haben wir hier gesagt, Aufwärtsgap über 87 und Feuer bis 49. So was ist auch möglich aus Sicht des Tagescharts. Und auch wer von uns die Updates bekommen hat oder bekommt, haben wir auch so gesagt. Also auch hier, auch im Webinar, überall haben wir gesagt, ab dem Moment, wo der Abwärtstrend hier bricht, erst mal short, ein bisschen zurückstellen, ein bisschen nur rankommen lassen, oben erst mal machen lassen, geben, falls irgendwo was aushälten, kurzfristige Belongs suchen und so weiter zurückstellen, bis man wieder brachial rote Kerzen sieht, bis man sieht, der schafft das nicht oben raus, er kriegt es nicht hin. Aber solange wie der jetzt hier oben draus ist, da bin ich auch weit in der Meinung, eher nach oben lassen. Also nicht dann irgendwann anfangen und sagen, der kann ja jetzt hier nicht weiter oder der steigt jetzt nicht weiter. Ich baue jetzt hier alle 50-Punkte-Short auf. Das ist aus technischer Sicht nicht ratsam. Weil der Abwärtstrend ist gebrochen und er kann theoretisch, theoretisch, kann er bis das volle Mörder ausfahren, das Ding. Das kann er. Und von daher würde ich auf weiteren Horst eher punktuell Long wirklich probieren, mitzugehen oder zu suchen, bis wir eben wieder brachiale Umkehr nach unten sehen. Oder man sagt, nee, Long will ich nicht, weil ich glaube das nicht, dass er oben rauskommt. Ich habe da auch gar keine Lust, Long zu handeln, weil ich denke, der geht wieder runter. Dann kann man das auch einfach weglassen gerade. Dann lässt man ihn in Ruhe, lässt ihn erstmal austoben. Und wenn er dann wieder anfängt, nach unten zu schwucken, dann kann man immer noch schurzen. Das ist aber ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht verausgabt, in dem Moment, wo die Signallage das noch nicht zulässt. Okay? Gut. Damit haben wir, glaube ich, jetzt ein bisschen das Video überzogen. Aber ihr seht es mir nach. Ich glaube, das ist auch einfach nochmal wichtig, so ein bisschen drüber zu sprechen. Man vergisst es einfach zu schnell wieder. Klar hat man das dann gehört. Dann steht der Markt wirklich drüber und dann weiß man nicht mehr. Na, gilt das jetzt trotzdem noch? Geht das nicht mehr? Deswegen das einfach nochmal erwähnt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der das nicht hinkriegt oben. Aber baue ich deswegen jetzt hier massiv short rein? Nein, 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 nein. Das mache ich nicht. Eher würde ich hier kurzfristig probieren, Long zu handeln oder dann einfach nichts zu machen. Ja, und zu warten, bis wieder brachial, rote, lange, schöne, dicke Kerzen kommen. Und dann zu versuchen, nochmal Richtung 200-Tagellinie zu handeln. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das klappt. Also 1, 2, 3, 4, 5, APC bis hier runter. Das würde durchaus Sinn machen. Aber die Signallage lässt es noch nicht zu. Ja. Okay. Gut. Dann hoffe ich, euch hilft es. Ja, ich habe so das Gefühl, es war trotzdem ein bisschen durcheinander. Aber wie gesagt, in meinem Kopf ist es so klar. Wenn man das so einfach, einfach manchmal rübergeben könnte, also die Gedankenübertragung, wäre das ein bisschen leichter. Dann bräuchte ich nicht so viel brappeln. Aber ich glaube trotzdem. Ja, die Punkte sind klar, die Ecken sind klar. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich bloß früh zu gucken, wenn er tief rein startet, wie schnell dreht er sich auf und dreht er sich auf. Das ist eigentlich Hauptaufgabe für den Vormittag am Mittwoch. Und damit sollte man schon ziemlich viel hinkriegen. Wie jetzt am Dienstag letztendlich auch die Hauptaufgabe. Und das ist immer wieder Tag zu Tag. Nur gucken, haben wir mal gestern so gesagt, schreibt euch auf den Zettel. Ist das über 6,35 oder 600? Ist ja aufwärts gerichtet, drunter und so weiter und so fort. So gehen wir jetzt hier auch wieder ran. Nur eben, dass es jetzt ein anderes Szenario ist. Gut. Ich mache zu. Wünsche euch Spaß. Gutes Gelegen. Bis morgen. Tschüss. Gutes Gelegen.